Hallo Leute, ich bekomme fast täglich Anfragen auf Instagram und YouTube und Facebook, ob der Euro zusammenbricht, auseinanderbricht, der Euro kaputt geht und so ähnliche Fragen. Meine Antwort darauf ist ganz klar, Nein. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat das Thema Apokalypse und Kollaps irgendetwas, was sehr viele Menschen anzieht oder ähnliches, aber ich möchte euch in diesem Video erklären, wieso ich eben nicht glaube, dass der Euro auseinanderbricht, aber ich möchte euch auch erklären, was mit dem Euro und auch anderen Währungen in Zukunft passieren wird und das ist nämlich auch nicht so gut, zumindest wenn du auf der falschen Seite stehst. Was würde mal bedeuten, überhaupt mal der Euro bricht auseinander, weil das ist so ein Schlagwort, was ja auch in den Medien oft kommt, der Euro bricht zusammen, alles geht kaputt, aber es würde im Prinzip bedeuten, dass wieder die Länder nationale Währungen hätten, also Deutschland hätte die D-Mark neu, Österreich den Schilling neu, Italien die Lira neu und das würde auch dazu führen, dass es natürlich der Euro, der doch eine Weltwährung ist, die zweitstärkste Weltwährung nach dem US-Dollar, auch eine weltweite sogenannte Reserve-Currency mit allen Vorteilen, eben diese Funktion nicht mehr hätte und die Länder sehr, sehr große Nachteile und gleichzeitig würden natürlich im Handel innerhalb Europas wieder große Transaktionskosten anfallen, wie Währungsspesen und alles mögliche andere, abgesehen von den politischen Folgen, die natürlich sehr, sehr fulminant wären und ich glaube, keiner in Europa, auch nicht die Südländer, die schon gar nicht, aber auch nicht die Deutschen oder die Franzosen oder die Österreicher oder selbst die Holländer haben ein Interesse, dass das passiert und es wird zwar jetzt immer getrommelt, Italien tritt aus dem Euro aus und ähnliches, was schon sein könnte, dass ein Land aus dem Euro hinaus bricht. Auch das wäre schmerzhaft genug, aber das würde auch noch nicht bedeuten, dass der Gesamteuro außer Kraft gesetzt wird. Es ist noch nicht so klar geregelt, was passiert, wenn ein Land aus dem Euro ausbricht, aber man kann jetzt mal ungefähr skizzieren, was würde das bedeuten? Im Prinzip würde es bedeuten, dass in diesem Land, sei es jetzt mal Griechenland oder Spanien oder Portugal oder Italien, in die Landeswährung eingeführt wird. Das hätte einerseits natürlich eine gewaltige Kapitalflucht zur Folge, weil natürlich die neue Landeswährung nur ein Bruchteil dessen wert wäre, was eben der Euro wert wäre und gleichzeitig hätten diese Länder wie auch deren Banken große Probleme, weil je nach Verträgen der Kredite bzw. der Anleihen, die eben Italien begeben hat, würden die Anleihen weiterhin im harten Euro zurückzuzahlen sein und nicht vielleicht in der neuen weichen Währung. Das ist wie gesagt von jedem Vertrag unterschiedlich, je nachdem wo der Gerichtsstand der Anleihe ist, je nachdem wo die Anleihe emittiert wurde, je nachdem wie die Verträge gestaltet sind, aber es würde auf jeden Fall Italien oder Griechenland oder ein anderes EU-Land, das austreten würde, sehr, sehr große Auslandsschulden haben, die es in kürzester Zeit nicht bedienen könnte. Das würde zur Folge haben, in Kombination mit der Kapitalflucht, dass einerseits die Währung zusammenbricht, gleichzeitig das Land einen Staatsbankrott hinlegt, politische Unrundefolge sind und ähnliches, womöglich würden trotz allem dann die Immobilienpreise in dem Land, in der lokalen Währung natürlich in die Höhe schnellen, vielleicht auch die Aktienkurse, vielleicht auch Autos und andere harte Gegenstände, die irgendwie hart sind, wenn die Leute auf jeden Fall raus aus dem Cash wollen. Das ist immer der Fall, wenn eine Währung kollabiert, hat man beispielsweise, wie der Rubel mal sehr stark gefallen ist, gesehen haben, dass sogar die Leute Autos und Waschmaschinen gekauft, hat man auch in Venezuela gesehen, obwohl dort sicherlich die Sicherheitslage sehr überschaubar ist, dann wird auf der Straße geschossen, nach 18 Uhr sollte man nicht mehr auf der Straße sein, alleine aufgrund der Tatsache, dass die Kriminalität so hoch ist. Oft gibt es Blackouts und trotzdem sind die Börsen, wie auch die Immobilienmärkte, in lokaler Währung extrem stark gestiegen, weil eben die Leute irgendwo versucht haben, ihr Geld in Sicherheit zu bringen, gleichzeitig werden natürlich auch die Leute versuchen, ihr Geld irgendwie ins Ausland zu transferieren und dann beispielsweise eben in Österreich oder in Deutschland oder in Slowenien oder in anderen EU-Ländern, die als sicher gelten, entsprechende harte Vermögenswerte wie Immobilien oder andere Assets zu kaufen. Also für das Land, was austritt, wäre es katastrophal, es würde sicherlich mal Jahre der Verarmung, des Bürgerkriegs, der politischen Unsicherheit, des Chaos verursachen, was natürlich dann auch für den Tourismus mal katastrophale Folgen hätte, mittelfristig, wenn man dann auf einem Zeitraum von 10 Jahren sieht, hat man auch bei Griechenland gesehen, dass sich auch Griechenland irgendwann wieder erholt hat, nach den turbulenten Zeiten würde natürlich das Land deutlich günstigere Exporte anbieten und günstigere Arbeitskräfte und gleichzeitig wäre natürlich der Tourismus in diesen Ländern dann viel billiger, weil lokale Währung eben viel weicher wäre und es wäre dann tatsächlich eine Zweiklassengesellschaft, dass so ein Land, was aus dem Euro austritt, eben dann in lokaler Währung zwar durchaus attraktiv wäre, wenn jetzt ein Deutscher oder Skandinavier auf Urlaub fliegt, aber auf der anderen Seite, wenn die lokale Bevölkerung eben im Euroraum einkaufen will, werden die Preise viel viel teurer und eben das Land würde insgesamt verarmen. Und wenn du jetzt umgekehrt sagst, Deutschland will nicht mehr oder Holland will nicht mehr, glaube ich auch nicht, weil eben die gemeinsame Währung trotz allem etwas ist, was ein sehr mächtiges Instrument ist, eine sogenannte Reserve-Currency und gerade kleine Länder wie Österreich oder Holland oder Dänemark hätten ein sehr großes Problem, wenn sie jetzt nicht mehr Teil einer weltweiten Reserve-Currency sind, sondern plötzlich wieder den holländischen Gulden, den österreichischen Schilling oder die dänische Krone hätte, dann würden sie sich vielleicht nicht mehr so günstig refinanzieren. Würde Euro auseinanderbrechen, können sich alle Euro-Staaten nicht mehr so günstig refinanzieren wie bisher. Selbst Deutschland, glaube ich, müsste etwas höhere Zinsen bezahlen, Österreich schon deutlich höhere, auch Holland und Dänemark müssten höhere Zinsen bezahlen, Frankreich dann schon wesentlich höhere und natürlich andere Länder wie Italien oder Griechenland womöglich sogar prohibitiv hohe Zinsen. Also das wäre für niemanden gut. Und außerdem, was ist der Vorteil einer Reserve-Currency? Also einer Weltwährung, die der Euro wohlgemerkt nach dem Dollar Nummer 2 ist. Ungefähr 55, 56 Prozent aller globalen Transaktionen in den Dollar abgehandelt und etwas weniger als die Hälfte von den Dollar-Transaktionen in Euro tendenz steigen, weil ja sowohl China als auch Russland nicht so ein gutes Verhältnis mit den USA haben und da ist natürlich der Euro eine entsprechende Alternative. In einer Reserve-Currency kannst du eigentlich Geld drucken ohne Strafe. Jetzt überspitzt gesagt. Genau das, was in der Corona-Krise passiert. Nehmen wir jetzt mal ein Land wie die Türkei oder auch einen anderen Emerging Market wie Südafrika. Du hast große Budgetdefizite aufgrund der Corona-Krise. Der Staat gibt deutlich mehr aus, als er einnimmt. Diese Ausgaben müssen gedeckt werden durch den Verkauf von Staatsanleihen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du zahlst auf die Staatsanleihen horrend hohe Zinsen, dass dir noch Leute abnehmen, irgendwann kann der Staat, dass du nicht mehr zahlen, kommt auf eine Teufelsspirale oder die Staatsanleihen werden durch die Notenbank gekauft, also klassische Finanzierung durch die Notenbank. Das würde aber bedeuten, dass natürlich die Kaufkraft der Währung sinkt, mehr Geld auf dieselben Waren oder dieselben Dienstleistungen oder spitz gesagt und dass am Ende die Währung abwertet, das Geld aus der Landes flieht und natürlich gleichzeitig, wenn das Land in den Weltwährungen verschuldet ist, das haben ja die meisten Länder eben in Dollar bzw. in Euro Schulden, dann können sie natürlich die Schulden nicht mehr so leicht bezahlen, wenn natürlich die lokale Währung abgewertet ist, die Einnahmen eines Unternehmens in lokaler Währung, die Schulden in der harten Reserv-Karrense und dann führt es meistens zum Staatsbankrott oder zu schweren wirtschaftlichen Verwerfungen und manchmal auch zu sehr hohen Zinsen und das hat man ja zum Beispiel der Türkei gesehen, der Erdogan wollte ja mal kurz mal den Trump Parole bieten und sagen, ich bin der große Sultan, wegen dem Pastor, dann hat er Trump Wirtschaftssanktionen angehängt, der tückische Lira ist gefallen, die Zinsen sind gestiegen und der Erdogan hat sehr schnell eingesehen, dass er vielleicht doch nur der kleine Sultan ist und der Trump, der große Bruder und damit hat sich dann die Währung wieder erholt und auch jetzt in der Corona-Krise sind viele Staaten auch vom Staatsbankrottbank bedroht, die keine Weltwährung haben, weil eben genau aus diesem Fall die Finanzierung durch die Notenpresse funktioniert in einer lokalen Währung eben nicht. In einer Weltwährung hingegen hast du ja die Schulden, die du aufnimmst, in derselben Währung wie das Geld, was du druckst. Und das bedeutet am Ende, dass die Schulden entwertet werden und du aber kein Problem hast, weil selbst wenn die Währung jetzt fällt, aus irgendeinem Grund, kannst du trotzdem die Schulden zurückzahlen. Wenn jetzt ein Land, was in einer anderen Währung, also in einer Weltwährung verschuldet ist, aber die lokale Währung fällt, durch die Gelddruckorgie, dann hast du plötzlich viel mehr Schulden, wieder zahlen musst und die kannst du irgendwann nicht mehr zahlen. Während wenn du dich in der eigenen Währung verschuldest und das ist eben der Vorteil einer Weltwährung, das hat Europa, das hat Amerika, das hat Japan, das hat teilweise China, dann kannst du jetzt nicht ganz umgestraft, aber doch in die Geldmenge vermehren, also Geld drucken und auf diese Art und Weise dein Schuldenproblem lösen. Amerika hat das ja sehr oft gemacht, nach Kriegen, ist ja kein Einzelfall, nach dem Vietnamkrieg beispielsweise hat Amerika das gemacht, auch England hat das sehr oft gemacht, England war ja früher doch noch eine stärkere Weltwährung als heute der Pfund und auch Europa macht das jetzt eigentlich alle großen Staaten, das ist ja auch der Grund, wieso jetzt trotz allem die Wirtschaft nicht kollabiert, die Börsen boomen, die Immobilienmärkte boomen und ähnliches, weil eben die Budgetdefizite in Höhe von 15, 20 Prozent der Wirtschaftsleistung eben durch die Notenbank finanziert werden und eben die Notenbanken genau diese Staatsanleihen aufkaufen oder direkt das Geld wie im Falle Englands in die Staatskasse überweisen. Und wenn alle Weltwährungen auch dazu dasselbe machen, nämlich Amerika und also Dollar, Euro, China, Japan und so weiter oder mehr oder weniger dasselbe, dann ändert das nichts einmal etwas zwischen den Relationen der Währungen, weil wenn Amerika im selben Tempo Geld druckt wie Europa, dann ändert das einen Wechselkurs zwischen Euro, Dollar und X. Beide entwerten das Geld, die Leute die harte Vermögenswerte mit Schulden haben und andere harte Vermögenswerte die im Preis steigen profitieren, die Leute die Cash halten, deren Einkünfte nicht inflationsgesichert sind oder die eben die leiden darunter massiv, die haben große Probleme, die werden enteignet und auf diese Art und Weise entschuldet sich der Staat indem einfach die Kaufkraft immer weniger wird. Und in den offiziellen Statistiken sieht man das nicht so, weil eben bei Massenprodukten kannst du natürlich immer mehr produzieren, das ist relativ leicht, aufgrund des technologischen Fortschritts gibt es bei vielen Produkten fast keine Beschränkungen mehr und Überkapazitäten, aber bei allen nicht vermehrbaren Produkten und Dienstleistungen, siehe IT-Dienstleistungen, siehe Handwerk, siehe private Gesundheitsdienstleistungen, siehe elitäre Ausbildung, siehe Luxusprodukte aller Art und natürlich auch harte Vermögenswerte, die man nicht beliebig vermehren kann, wie beispielsweise eben Immobilien oder Gold oder Aktien oder gute Beteiligungen, sieht man genau die Effekte des Gelddruckens, nämlich dass die Preise massiv steigen und sich sogar von der wirtschaftlichen Realität abkoppeln. Das ist der Vorteil einer Weltwährung, die anderen Länder, die das nicht haben, leiden jetzt massiv mehr, haben wir auch gesehen, viele andere wären, selbst der Vorwind oder der Rubel oder der brasilianische Real oder der mexikanische Peso sind ordentlich gefallen im Verhältnis zu den Weltwährungen. Die Staaten tun sich jetzt schon deutlich schwerer, die Auslandsschulden zu bedienen, daher macht es für Europa überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Und eines ist auch klar, natürlich wird immer gestritten, die Italiener, die Spanier und die Griechen und die Portugiesen sagen, ich will Geld, ich brauche Geld, die nördlichen Staaten, die mehr, denen es wirtschaftlich besser geht, wollen ja nicht so viel hergeben. Im Prinzip hat man einen Kompromiss gefunden, die EU als Institution nimmt jetzt auch Schulden auf, das heißt, die EU, was sie vorher noch nicht gemacht hat, sagt, okay, mit dem Namen EU nehme ich jetzt 500 Milliarden auf und in der Vergangenheit war es immer so, dass eben die Notenbank, die EZB, die Staatsanleihen pro Rata zur Wirtschaftsleistung eines Landes gekauft hat und diesmal ist es eben so, dass eben diese 500 Milliarden nicht mehr pro Rata zur Wirtschaftsleistung verteilt werden, also nicht Deutschland bekommt das meiste und dann auch Frankreich das zweitmeiste, sondern in dem Fall, glaube ich, bekommt Italien das meiste und Frankreich bekommt auch relativ viel und Spanien bekommt sehr viel und Deutschland im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsleistung weniger und der einzige Streit, den wir jetzt noch haben, ist oben, dass diese 500 Milliarden reine Zuschüsse sind, also das Geld wird einfach den Staaten geschenkt und die, sagen wir mal so, konservativen vier, also Österreich und Holland und Dänemark und so weiter, die diese Staaten sagen, nein, ich will nicht, dass das ganze Geld einfach geschenkt wird den Italienern, es soll als Darlehen vergeben werden und die Italiener oder die Griechen oder die Spanien müssen es einfach wieder zurückzahlen, da ist noch ein bisschen ein Streit, aber den wird man am Ende auch lösen und trotz allen rechts- und linkspopulistischen Getue, wie der Aserwini geschrien hat, wir treten aus Europa aus und aus dem Euro, das ist heiße Luft, ich glaube, das wollen auch die Italiener nicht, sie wollen keinen Staatsbankrott und ähnliches. Also ich halte das Risiko, dass der Euro auch ganz auseinanderbricht, dass selbst das einzelne Staaten austreten für ziemlich gering, natürlich, wenn jetzt total verrückte Leute in die Politik kommen, kann sowas noch immer passieren, siehe mal Brexit, also ganz auszuschließen ist es nicht, deswegen würde ich beispielsweise nicht jetzt in Deutschland Schulden aufnehmen, um in Italien Immobilien zu kaufen, das wäre mir persönlich zu riskant, ich würde eher, wenn, dann in Italien Schulden aufnehmen, um in Italien Immobilien zu kaufen, dann hast du eben nicht das Risiko, falls Italien aus irgendeinem Grund aus dem Euro austreten sollte, dass du dann sogenannte Fremdbeheerungsschulden hast, die dich umbringen können, dieses Risiko würde ich jetzt nicht gehen, trotzdem halte ich es für sehr, sehr überschaubar und gering. Auf der anderen Seite das Risiko, was real ist, dass das Geld entwertet wird, dass die Staaten ihre Budgetdefizite über die Notenbank finanzieren und dass die Kaufkraft des Geldes deutlich geringer wird, nicht für alle Dinge wohlgemerkt, für Dinge, die sehr im großen Stil vermehrbar sind, wo es Überproduktion gibt, dort wird man nicht viel merken, aber auf der anderen Seite bei Produkten und Dienstleistungen, die nicht so leicht vermehrbar sind, wo es eine beschränkte Anzahl gibt und eben auch bei guten Vermögenswerten, harten Vermögenswerten ist ganz klar, wenn auf dieselbe Anzahl von Vermögenswerten sehr viel mehr Geld gespült wird, müssen zwangsläufig die Preise steigen, das nennt man Inflation, das passiert schon, sieht man ja bereits jetzt an den Immobilien- und Aktienmärkten, auch an den IT-Kosten für IT oder für Handwerker und dass wir in Zukunft sich noch um einiges beschleunigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr mehr zu diesen Themen wissen wollt, abonniert diesen Kanal und meinen Instagram-Kanal unter Invest & Punk. Ich wünsche euch alles Gute und sehr viel Erfolg.